Antes können wir alles verzögern, wenn das ist der Öl meines Spiel recoveredmäder disappearance. Alles war dünne Keiner kommt ab, was wurde Keiner kommt ab, weiter Alles vor der Söhne So, was mache ich jetzt da? Darf ich mal eindrücken? Ja, warte, noch nicht. Ich habe gerade gesagt, wir rauchen. Ja, ich rauche auch gerade. Ich habe nur wieder weggelegt, weil es mir zu krass ist. Ich muss es kommen. Ah. Ah. Eu. 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 Was ist das eigentlich? Ich denke, das wird so. Eu. 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 Und welche Binderung hast du so? Alle. Alle. Was? Was? Ach, D-Rock hat hier gerade irgendwie von Floyd so einen Link gepostet, wie er schon wieder ausrastet. Er hat immer so die Flasche weggetreten. Das Video fand ich auch so geil im Stream, Alter. Und jetzt ist er hier. Hörst du die Stimme dazu, Alter? Ich höre dir. Hä? So sauer. Das ist doch nicht seine Stimme. Jetzt muss ich kurz die Box abmachen, Alter. Und haut voll auf seinen Töter, Alter. Ey, wie kann man den denn um mich gelobt haben? Ach, die war bestimmt im Vierer Squad, Alter. Und das hat bestimmt der Philipp gequatscht, Alter, von Holstein. Da ist Fabian dahinter. Da ist Fabian. Mhm. Ey, wie kann man den denn um mich gelobt haben? Die Junge macht ja am Anfang auch so wie so eine Frauenstimme, oder so, Alter. Gehen. Gehen. Da ist Fabian. Ey, wie... Gehen. Ja. Ach so. Wie kann man den denn um mich gelobt haben? So hoch, weißt du? So hoch, ich bin gut, äh... Ich habe so viel gefehlt, ja. Ich habe so viel gefehlt. Ich habe so viel gefehlt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wieso ist gut, dass ich heute nicht dabei habe? Hat dich nach Freitag genutzt, hab ich mir zu? Ne, nein. Wir haben dich Freitag genutzt. Ja, ja, ja. Ich schreib hin gerade, Alter. Da hast du in den Wald. Er schreibt, achso, mit wem zockst. Ja, mit mir, Alter. Ja, hätt bestimmt keinen Bock mit Figur zu spielen oder so, weißt du? Den fragt er bestimmt, glaub ich. Aber so kann ich mir das so vorstellen. Oder hätt keinen Bock mit mir zu spielen. Nee. Weil ich immer so ernst und böse bin für ihn. Ernst und böse. Richtig ein Dulli, Alter. Einen richtigen Dullen bist du, Alter. Einen richtigen Dulli. So. Und alles. Wann kommt der Typ aus deinen Eiern, der wieder ladiert? Noch her, irgendwann, heute Abend. Der Typ aus deinen Eiern. Geil, ne? Ja, hat sich etabliert, ne? Hat sich etabliert, ne? Hat sich auf jeden Fall etabliert. Kann man nichts gegen sagen, Alter. Hat auf breite Akzeptanz gestoßen, ehrlich. Da war keiner böse drum. Hä? Da war keiner böse drum. Ja. 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 Guck mal, wir spielen mit Napster und One-Eye-Fan, Alter. Wir sehen, die beiden sind auch in einem Team, die sind ein Member. Wie siehst du das? An den Clan-Tag? Nee, hab ich nicht gesehen. Doch, doch, die sind wie wir, nur cooler. Aber viele spielen jetzt BO4, weil das umsonst im Store ist. Ja, du bist doch geile Lobby selber. Hm. Ja, aber wenn, dann bin ich lieber. Ja. Macht euch bereit, wir starten gleich in Einsatz. Ja. Aus. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ja. Blackout. Ja. 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 Feindliche Drohne über uns! Ich bin getroffen! Getroffen! Der Feind nähert sich! Hey! Verdammt, Mama! Feindlicher Clusterschlag im Anflug! In Deckung! Jetzt liegt es an dir! Hol' uns in Sieg! Kopfgeldziel aktiv! Holt es euch! Hey! Unter Feindbeschuss! Hey! Verdammt, Mama! Feindlicher Clusters! Hey! Verdammt, Mama! Ich geh mal auf, wo du mich gehst! Radarsuche wird... Feindliche... Ah! Ah, ist weg! Du Haare oben oben! Keine Munmeer! Ah! Das war's! Du Haare oben! Ich geh auf! Hör doch nicht an, wie es hier ist! Kontakt! Ah! Feind auf! Hier ist her! Ah! Das war's! Ich geh auf! Hör doch nicht an, wie es hier ist! Kontakt! Feind auf! Ich geh auf! Feindliche Fernleckladung entdeckt! Der Feind springt über dem Gefängnis! Einze Abwehrmine platziert! Einze Abwehrmine platziert! Einze Abwehrmine über uns! Kontakt! Die Zeit ist vor! Sie ist nicht vorbei! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Ich geh auf! Ich geh auf! Ich geh auf! Keine Munmeer! Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone wird verlegt! Hier ist Panzerung! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Getroffen! Der Feind springt über dem Gebiet! Kopfgeldziel aktiv! Holt es euch! Keine Munmeer! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Getroffen! Ich habe mich anvisiert! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Wie sie noch ein Feind ges intern sind! Ich bin getroffen! Verbrechst du dich! Verbündete Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird gestartet! Ein feindliches Team jagt dich! Pass auf! Sie nehmen mich ins Visier! Sturmgewehr lokalisiert, Sturmgewehr lokalisiert. Der Feind springt über dem Gebiet ab, auf den Himmel ab. Nun wäre nicht schlecht, ey. Hier unten ist ein Schirm gelandet. Da war ich. Ich bin getroffen! Getroffen! Die Truppen! Das Kopfgeldziel ist gut gemacht! Gut gemacht! Nur noch 25 übrig! Ich hab grad einen Platz gemacht, der hat hier alles an... Sie nehmen mich ins Visier! Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten! Wohlen, wohlen, wohlen! Braucht das einer von euch? Ja, nein, unten, hier und hier. Wo ich bin. Sie nehmen mich ins Visier! Du bist doch nicht unten, ey. Ja, aber... Ja, aber das... Verrückt hervor! Ungut! Der Feind springt über dem Gebiet ab, auf den Himmel achten! Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone wird verlegt! Schussverkauf aktiv! Preise der Vorratsstationen wurden angepasst! Der Feind hat dich verloren! Du bist sicher! Sie nehmen mich ins Visier! Feindliche Drohne über uns! Ich hab kein Vorrats! Kleinkaliber hier! Ja! 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 Feindlich... Feindliche Drohne über uns! Der Schussverkauf ist fällt! Alle Preise wieder normal! Verbündete Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird gestartet! Ziel markiert! Angriff einleiten! Wir sind weiter 3-1! Alles klar! Luftschlag im Anflug! Das Gas breitet sich aus! Einschlag! Kein Erfolg! Der Feind nähert sich! Feindliche Drohne über uns! Der Zeug ist los! Alle erreicht! Schon gut? Ja! Oha! Da hoch willst du! Ja! Da sind die anderen! Achla! Okay! Okay! Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet! Ich hab einer! Da hau! Das Gas kommt rechert! Neue Sicherheitszone wird markiert! Neue Sicherheitszone wird markiert! Wir sind hier richtig gut! Da unten sind doch um die Rette! Finde landen im Eis als Geht! Ist der blau? Ja, zu sehen. Ich bin getroffen! Getroffen! Da kommen welche hoch, glaube ich. Unser Treppenhaus. Nee! Die schießen hier auf mich! Ich bin getroffen! Auf die Beine und dann weg dir! Das Gas breitet sich aus! Das Gas breitet sich aus! Oha, haben wir da wieder geholt! Feinde landen im Einsatzgebiet! Das Gas breitet sich aus! Neue Sicherheitszone gefunden! Vermiet eingesetzt! Das Gas breitet sich aus! Das Gas nähert sich dir! Geht mal rüber, gleich! Achtung! Verbündet der Präzisionsluftschlag im Anflug! Die Schreie mit dem Gefied nach! Achtung! Wir sind getroffen! Neue Gäse sind noch auf das Wald! Die Schreie ist ein ganzes Laufletter! Neue Sicherheit! Die Schreie ist ein ganzes Laufvertrag! Derα-Fronts! Das neue Gäse ist da oben! Alle Spiele sind auch in der Bewegung! warte alter Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Wie strange ist das denn, Alter? Schön. Schöne Runde. Hab ich doch von Anfang an gesagt, Alter. Ja, guck mal, die beiden hier sind. Was? Ja. Ich kann nur mal mit denen spielen, Alter. Die waren echt gut drauf. Oh, 10 Kills hast du sogar gehabt. Krass, Junge. Verstehe ich, Alter. Schöne Runde gemacht. Ja, aber gut. Wir sind rausgegangen, glaube ich. Ich glaube auch. War wild, ey. Hat Spaß gemacht, ehrlich, Alter. Hat wirklich, wirklich, wirklich richtig Spaß gemacht, Alter. Du hast doch auch richtig beruhigt, alle, Junge. Hey, du Schweine. Junge, eben die drei, Alter. Boah, die sind um die Hecke gegangen. Die sind mir so vor die Flinte gelaufen, Alter. Na, 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 na. Nein, ich mach kurz. Schön, dass war's. Vielen Dank.